Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich mit der Prim Vario-Zange solche Ösen hier in zum Beispiel Stoff richtig setzen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Neben der Variante mit der Vario-Zange für die Ösen hier würde ich auch noch dieses Einschlagwerkzeug verwenden können. Hier müsste ich dann mit dem Hammer oben draufhauen und diese Ösen würden auch entstehen. Doch ich persönlich bin kein großer Fan von diesen hier, da das Ergebnis meiner Meinung nach einfach nicht so sauber wird. Weswegen ich es dir auch mit dieser Vario-Zange hier zeige. Zuerst einmal brauchen wir ein Stück Stoff, wo wir die Ösen reinbringen möchten. Dann nehmen wir unsere Zange mal zur Hand, geben die richtigen Aufsätze vorne rein, hierfür diese einfach reinstecken. Weil ich muss erst einmal ein Loch in meinen Stoff bringen. Die zwei Einsätze sind jetzt schon drauf und jetzt einmal bei mir an einer beliebigen Stelle. Du kannst es natürlich auch anzeichnen, wenn es etwas sauberer werden soll. Hier irgendwo ansetzen, die Vario-Zange zudrücken. Es macht ein kurzes Klicken, schon haben wir ein Loch drin. Und jetzt muss ich einmal die Aufsätze hier vorne austauschen. Hierfür ist dieses spezielle Plastikteil noch mitgeliefert worden. Das kann ich jetzt hier unten leicht einhaken, dann leicht nach oben rausdrücken. Schon löst sich dieser Aufsatz. Oben mache ich das genauso. Etwas Druck drauf. Und ich kann die Aufsätze ganz einfach per Hand rausgeben. Und jetzt dementsprechend die neuen Aufsätze reinbringen für die Ösen. Hier kommt es natürlich darauf an, welche Größe du von den Ösen hast. Doch meistens, wenn du Ösen kaufst, sind dann auch schon die entsprechenden Aufsätze mit dabei. Als nächstes nehme ich mir mal meine Öse hier zur Hand. Besteht aus zwei Teilen. Ich nehme zum einen hier den oberen Teil, was ich auch auf der Seite vom Muster drauf machen werde, weil es einfach schöner ausschaut. Und hier noch das Gegenstück, was von unten dagegen gepresst wird. Ich nehme also mal mein oberes Teil. Das ist mit der großen Erhöhung hier. Das gebe ich jetzt von hier oben durch mein Muster hindurch. Drehe mal meinen Stoff um. Und dann schaue ich mir das Gegenstück noch kurz an. Das hat auch auf einer Seite so eine kleine Erhöhung. Und diese kleine Erhöhung gebe ich jetzt einfach mal hier oben noch drauf. Und nun muss ich meine Zange hier richtig ansetzen. Hierfür hat unsere Zange jetzt zwei verschiedene Aufsätze. Zum einen hier oben einen kleinen Dorn und hier unten das Gegenstück. Das Gegenstück, also wo so ein kleines Auflager sozusagen ist, kommt jetzt auf unsere sichtbare Seite. Von unten geht normalerweise relativ leicht. Und man spürt es auch, wenn es wirklich schön drinnen liegt. Jetzt ist es bei mir zum Beispiel der Fall, ich kann das Ganze hier nicht mehr hin und her bewegen. Oben sollte es natürlich auch gerade sein und schön aufsetzen. Und dann drücke ich einfach mal meine Zange hier sauber zu, bis es nicht mehr weitergeht. Mache diese auf, schaue mir die Öse natürlich danach an. Und ich würde sagen, bei mir das Ergebnis stimmt auf jeden Fall. Die Öse ist fest verpresst, weswegen wir diese auch schon richtig in unseren Stoff eingesetzt haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt die Prim Vario Zange solche Ösen hier oder vielleicht sogar Stoff zum Basteln, beziehungsweise zum Nähen zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr eure Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert. Und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen. Und hier unten in der Videobeschreibung.